Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Klaus-Erich Bötzges. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Gerne hätten CDU und SPD wohl schon jetzt sondiert. Doch für den dritten Verhandlungspartner für die CSU stand bereits seit Längerem dieser eine Termin im Kalender, auf den die Partei nicht verzichten wollte. Die traditionelle Winterklausur der CSU-Landesgruppe im ehemaligen Kloster Seon. Sie bietet den Bundestagsabgeordneten Gelegenheit, sich vor den Sondierungsgesprächen geschlossen aufzustellen und die Marschroute bis zum Herbst festzulegen. Denn dann wählen die Bayern einen neuen Landtag. In Seon ist Stefanie Staus zugeschaltet. Frau Staus, welches werden denn die zentralen Themen auf dieser Klausurtagung sein? Und das war Stefanie Staus zugeschaltet aus Seon. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.